Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Varios. Wir joinen sofort auf den Server drauf, da sind gerade ein paar Leute drauf, aber die werden jetzt gleich wieder rausgehen, glaube ich. So, ich bin froh, dass mich noch niemand gefunden hat. Ich habe gerade die Folge hochgeladen. Ach, nur da ist schon ein Strike, bedeutet ich an die Regeln? Ja, das kommt gerade ein bisschen verzögert. Mit dabei ist wieder mal ChrisCore, kann man ein bisschen hallo sagen. Hallöschön. Das ist zu dünn. So, und wir haben wie gesagt heute vor, wir haben jemanden zu Feinden gefunden, und zwar Hashtag Armageddon, allerdings möchte ich nicht gegen die kämpfen, denn, also noch nicht, ich möchte nämlich erstmal ein bisschen eine Quip haben, bevor ich gegen die kämpfe. So, und wir bauen uns hier gerade ein bisschen runter, am besten mittig, Mike. So, und ihr seht schon, die sind eine Minute weg, ich habe extra gewartet, bis ich die Folge hochgeladen habe, weil die haben mich angeschrieben, wollten wir kämpfen, aber ich meinte halt, äh, erst wenn ich ein bisschen mehr bequippe, weil ich habe ja nur viel Iron, und die können ja eigentlich überhaupt nicht wissen, wo ich bin, deshalb ist das ein bisschen gut hier gerade für mich. Mike? Ja. Gibt es bei deinem Texture Pack eigentlich die Funktion, dass du, ähm, wenn die Fackeln an sind, dass das dann leuchtet, dass du die nur in der Hand haben musst? Äh, das ist nicht, der Texture Pack, das ist wegen OptiFine, aber ich weiß es gerade nicht, Alter, habe ich mich erschrocken, wegen der Höhle. Nö. Oh, die Pilze. Ah, guck mal hier, siehst du, OptiFine, das leuchtet. Voll geil. Das ist Lava. Oh! Oh mein Gott. Oh, Minenschacht. Ja, ich seh's. Warte, ich warte kurz, bis die voraus sind, aus dem Server dann in Sneaky. Wenn du lackerst, ist der noch nicht gelootet. Aber warum ist es hier so hell? Und wo kommt diese Helligkeit? Das ist Lava, aber die kann nicht so hell sein, oder? Das ist Gold. Niemals kann niemand gewesen sein, sonst hätten die doch das Gold mitgenommen, oder? Oder bin ich gerade behindert? Geht doch mal. Warte, wer ist auf dem Server? Niemand auf dem Server, die sind gerade rausgegangen. Oh, okay. Warte, gibt's ja jetzt auf euch ein Team Corona? Äh, Corinna. Also Corinna, ich dachte schon. Ja. Äh, das Ding ist, ich glaube, Monti sind ausgeschaltet. Ich habe bisher noch keinen einzigen Mob gesehen. Warte mal, ich glaube, der Oden hat sich mal untergebaut, kann das sein? Was? Das, was du gerade runterging. So in diese Treppen, weißt du? Wie diese Treppen-mäßig untergegangen ist. Ich glaube, das war ein Spieler. Nein. Das ist automatisch so generiert. Achso, okay. Oh. Oh, schade. Sattelunen, aber du hast Pumpkins. Ja, die brauche ich aber nicht für das Projekt, Junge. Gibt's nicht, ich brauche nichts alles, ich brauche das alles nicht. Ich versuche mal, noch ein bisschen hier zu erkunden, dann stirbt man nicht, Leute. Ich möchte mich nur ein bisschen hier erkunden, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ähm, ich glaube nicht, dass er mich finden wird, deshalb entspann ich mich erst mal ein bisschen. Ja, der ist eh in fünf Minuten raus, das passt schon. Der wird hier nicht sein. Am Ende tot. Ja, genau. Man kann auch ein paar Sachen, ne? Ja, ja. Ähm, gehen wir mal da lang. Aber es kommt wirklich keine Monster, das ist voll seltsam. Es gibt keine, glaube ich. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, da gibt's nichts. Deshalb kramen wir uns einfach ganz mal runter. Dort hinten, wo die Treppe war. Okay, ich hab gerade... Das waren die Partikel, glaube ich. Ich denke immer, da ist jemand. Hm, wir haben ja genug Essen, deshalb kann ich es verrennen, wie ich will. Warte, wo war denn jetzt die Treppe? Bin ich dumm? Die war doch hier, oder? Hier nach unten oder so. Da, hier. Ey, Fink. Okay, da gibt's nichts. Komm, gehen wir hier lang. Eisen. Okay, war keine Treppe. Egal, komm. Bauen wir mich runter. Ähm, ein bisschen Licht für euch. Damit ich ein paar Wackeln immer setzen kann. Ja, am besten nicht da, Mike. So, wir kramen uns ein bisschen runter, bis wir bei, ähm, Bedrock sind. Mike, geh dran, hinter dir wieder zu machen, ne? Hinter mir? Irgendwann solltest du hinter dir vielleicht wieder zu machen. Achso. Damit du damit nicht einfach mal weggeklackt schweigen kannst, weißt du? Dann baue das hier hin. Am besten, weiß jetzt nicht, ob das obviest ist oder nicht, aber komm, passt, als reicht. Ich hab, äh, passt als ob ich schon, wir nehmen uns wirklich schon fast fünf Minuten auf? Das ist was. Nochmal Gold, perfekt. Ja. Äh, wir haben aber leider keine Goldäpfel, das ist, das bin ich blöde. Aber, wenn wir Äpfel finden sollten, dann sind wir richtig gut ausgestattet. Und hier ist schon Bedrock. Okay, sagen wir mal, dass es, warte, wo soll ich inbauen, soll ich mich ab hier bauen? Ne, ich würd sagen, ab hier ungefähr, ich würd sagen ab hier. Wir waren aber sieben über Bedrock, äh, über Bedrock, glaub ich, ne? Sieben über Bedrock? Soll ich nicht ab hier? Vier oder sieben war es über Bedrock. Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe lange Kamerankraft mehr gespielt. Geh jetzt ein bisschen strip-mineen. Ach, Junge, Redstone, Alter. Geil. Wurde schon immer, weil es soll haben. Mein Lieblings-A-TV-Mide-Kraft. Schau, was wir sind auf der richtigen Höhe, weil ich will jetzt nicht nachgucken, weil sonst kann man meine Chords sehen. Deine Spitzhecke ist so wichtig. Oh. Du hast noch genau drei Eisen. Ich wollte gerade sagen, ich hab kein Holz mehr. Doch, doch. So, eventuell. Ein bisschen Cleaner machen, äh. Oh, shit. Genau, drei Eisen. Komm mal, Mike, du bist aufgeschlossen, du hast sogar verschiedene Holz an, wenn du in deinen Stick einger integriert. Thomas ist manchmal ein bisschen lagged. Das kann manchmal vorkommen. Ja. Also wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Suche nach Dias. Mehr nicht. Deshalb, äh, hast du irgendwas zu, zu irgendeinem Thema? Ähm. Generell, dass ich ja mit dir war. Äh, wo, äh, sind diese Varios, im, äh, nächsten, in der nächsten Stunde, das wir es dann zusammen machen werden, weil, äh. Und dann können wir das Z-Touch-Pack ja wieder benutzen. Genau, dann können wir das Princess Z-Touch-Pack benutzen. Yay. Ähm. Vielleicht machen wir uns ja noch ein bisschen überarbeitet. Ich bin zwar nicht mehr so der Z-Touch-Pack-Schreiber, aber ein bisschen gezeichnen, aber ich hab mal für den Z-Touch-Pack gezeichnet. Ja, ich kann, ich kann auch T-Touch-Pack machen, so. Na dann. Ich hab das ja auch gemacht. Also ich hab nicht alles selber gepixelt, sondern ich hab ein bisschen was geklaut. Äh, ich mein, äh, äh, ausgeliehen. Aber, äh, äh, ansonsten, so manche Sachen hab ich selber gepixelt. Ja. Ja, auf jeden Fall wird das Ganze so aussehen, dass, äh, ich natürlich selber dann auch, äh, jedes Mal meine Parts hochladen werde. Und glaub, wenn wir beide, wir sind beide generell relativ gut, äh, im Zusammenspielen, deswegen denk ich mal, dass wir sogar ganz gut miteinander arbeiten können. Wie kann das sein, dass ich jetzt immer noch keine, ich hab wirklich nichts gefunden, ja, bisher. Ja, kann sein, dass wir jetzt jetzt spotten, wie ein bisschen kacke ist grad. Ja, ich merk's. Vielleicht soll ich ein bisschen wieder hoch? Ja, versuch mal so ein, zwei Blöcke hochzugehen. Man baut doch am besten hinter dir wieder alles zu. Dann kann ich keine, kann der kleiner so schnell hinterher. Äh, aber da muss ich die fucking wieder abbauen, das ist ein bisschen zu nervig für mich gerade. Okay. Also mach ich das eh immer jetzt ab jetzt so, dass ich, äh, die Folge abklaro und direkt dann neu aufnehme, damit mich leistet. Weil wir nicht, dann mach dir immer kurz neues Eisen. Ich hab's sehr viel Eisen. Ich brauch hier nichts. Okay. Okay. Aber hier haben wir wieder Gold. Alter, wie viel Gold hast du online jetzt schon? Okay, der wird jetzt rausgehen, der Typ. Ja, dann brauch ich ja nicht mehr sneaken, ne? Passt. Mike, wie lange, wie viel Gold hast du jetzt allein schon? 26, ne, 22, 22, okay. Holy shit. Also plus die 8, äh, Goldingels, ich, äh, letzte Folge gebraten hab. Holy shit. Also ich glaub, Gold ab für mich, ich hab dir erstmal keinen. Was hat er denn Strike bekommen, da er seit, kein Feindkontakt mehr hatte? Seit 5, kein, was? Okay. Scheiße, ich brauch Feindkontakt. Du hast seit 5, du musst alle 5 Episoden Feindkontakt haben, oder was? Oder nix? Da er seit 5, irgendwas, keinen Feindkontakt mehr hatte. Ich schätze mal nach 5 Folgen. Okay, dann werden wir einfach nächste Folge, äh, gegen die Fighten. Soll ich dann einfach die Quads zeigen? Weil ich ja eh nicht mit den Fighten werde. Keine Ahnung. Ich will mich nur an der Stelle noch ein bisschen vorbereiten. Weil ich darf ja nichts ausblenden, das sei ja, bis das ein bisschen blöd. Man kann zwar sagen, ja im Original Varo haben ja auch nichts ausgeschnitten, äh, haben ja auch, äh, ein bisschen was rausgeschnitten und so. Oder halt irgendwas, so ein Bild draufgepackt, zum Beispiel auf F3. Aber das Ding ist, hier, das sind ja, hier ist ja wirklich, jeder kann ja rein. Es gibt die Leute, die haben, äh, wir haben gerade YouTube angefangen und sind hier drin. Weiß nicht, wie solche Leute reinkommen, aber jeder kann mitmachen. Deshalb kann ich schon verstehen, dass man wirklich nichts editieren kann. Ähm. Ist halt dann aber auch so ein Nachteil, wenn man dann F3 nicht drücken kann. Ohne, dass dann Leute einen direkt snipen wollen. Hast ja gesehen, was, äh, in letzter Folge passiert ist. Mhm. Ja. Junge, wie kann das sein, dass ich nichts finde? Oh, jetzt muss ich kurz meinen Ofen rausholen, damit ich, äh, nicht das, das hier. Was? Kurz den Ofen rausholen. Immer. Ich würde dahinter vielleicht noch zwei, einfach nur zwei Steine bauen, einfach aus Prinzip. Einfach nur so ein bisschen Paranoid spielen. Leute, wenn das hier keine, oh Gott. Wenn das hier keine krasse Folge heute ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Ja, intensiv, intensiv. Ja, ich weiß nicht, was dieses Null bedeutet. Kann sein, dass das die Kills sind. Glauben wir mich auch. Für das Skill. So. Ja. Genau. Jo, erst mal ne Huck. Ja, ich wollte gerade sagen, erst mal ne Huck machen. Mal Gain. Ne? Wir sprechen das mal lieber nicht aus, in Amerika hast du das schon vor. Was? Ach, wir nehmen schon zehn Minuten auf, das ist krass. Wie gesagt, ich würde das gerne länger machen. Und dass man jede, alle fünf Folgen fighten muss? Also anscheinend. Äh, ja, dann werden wir gucken. Ich hoffe, dass ich nicht die nächste Folge schon alles weg habe. Sonst, äh, ganz ehrlich, dann bringe ich mich um. Dann mach ich kurz. WIIT! LMA, WIIT! Und dann bin ich tot. Äh, das finde ich eigentlich lächerlich. Yes, endlich, endlich! Guys, wir sind euch gewundert. Blau und Dias. Shine bright like a diamond. Okay. Oh, nice. Es ist ein Film, es ist ein fünf. Ich liebe mein Leben, ich liebe mein Leben. Es ist ein Film, Chris, es ist ein Film. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Dia Helm, Dia Schuhe oder Schwert? Oh mein Gott, ich hab Leder. Oh mein Gott. Du hast nur noch ein Buch. Äh, Moment, erst mal. Ja, 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 ich weiß. Mit Pickel und Schwert würde ich sagen. Nein, nur Pickel. Ich brauche, ich brauche noch fürs Enchantment Table. Ach so, stimmt. Zwei Stück, glaube ich, ne? Äh, fuck, ich muss Lava finden. Du hast vorhin Lava gefunden. Ah, ich hab vorhin Lava gefunden, stimmt, du hast recht. Ähm, dann bauen wir kurz das hier ab. Dann werden wir Anfang nächstes Folge ein bisschen enchanten und dann fighten, denke ich mal. Äh, ja, komm. Komm mal, jetzt mal. Du hast ja nicht mehr viel Zeit, ne? Was habe ich nicht mehr? Noch drei Minuten. Äh, ich gucke auf die Aufnahme, nehmen wir mal vier Minuten. Das ist so ein Minute irgendwie falsch. Weil ich nehme gerade erst vier Minuten, okay, fast zwölf Minuten nehme ich gerade auf. Oh, da kommt hier die PvP-Tricks raus. Wenn man auf zwei Blöcken ist, äh, wenn man unter zwei Blöcken steht, immer die Zeit springen, dann ist man schneller. Immer. Da hinten war Lava, hast du gesehen? Ja, genau. Hier ist Wasser. Moment, ich kann einen Eimer machen. Ich mache mir kurz einen Eimer. Moment. So. Gebt mir das Wasser, Baby. Danke. Äh. Kann man von da? Nein. Oh, oh. Das wird knapp. Ich glaube nicht, dass es noch klappen wird. Wir können es versuchen. Fuck. Ich bin wieder falsch. Ich glaube, da war gar keiner. Also nicht auf der Höhe. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Du hast dich weiter runtergebrochen. Nein. Sicher? Okay, jetzt habe ich Angst. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe mich komplett verlaufen. Pass auf, du bist an so einem Opfierspot, ne? Was bin ich auf einem Opfierspot? Ja. Warte, von wo kam ich denn? Kam ich von weiter hinten? Hier vielleicht? Kam ich von hier? Nee. Scheiße. Ja, wir haben die Folge verkackt. Äh. Ähm. Hier hoch. Oh, da oben könnte es sein. Gehen wir weiter? Rechts vielleicht links? Ja, da bleibt da unten, oder? Ist da Lava? Yes, hier ist Lava. Perfekt. Warte, was war da unten? We back in the Lava. Hier ist sie. Okay. Ja, ja. Ähm. Vorredet ist doch Gold, ne? Ja, aber. Und da oben rechts glaube ich auch noch. Juhu, wie viel Gold da ist? Geil. Oh Gott, so wirkt gerade. Was ist? Du hast nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir machen Anfang nächstes Folge einfach noch ein bisschen was. Äh. Fuck, wie mache ich das? Mach jetzt einfach erst das Gold. Das ist nicht genug. Ähm. Moment, lass das mal kurz liegen. Ah. Thumbnail. Das ist einfach ein Giftspinn-Spawner. Das war krass. So. Und dann, wie ging das nochmal mit? Äh. Du musst uns auf eine Lava-Quelle. Lava- Lava-Quelle und Wasser-Quelle aufeinander. Ja gut, ne? Moment. Lava-Wasser-Quelle. Da, wo du das Wasser gesetzt hast. Da muss die Lava hin. Ich hab Angst gerade, weil mir die Zeit ausgeht. Das ist genau den Start von der Lava, genau auf den Start von das Wasser. Auf das Wasser. Ja, ja. Ich war jetzt einfach genau drauf. Zack. Und dann so. Tsch, 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 tsch. Ja, das soll ich nicht. Siehst du? Das Obsidian. Ich seh das Obsidian, ja. Pass auf, ne? Lass das Wasser am besten an, während du das abbaust. Sonst. Ja, ja, ich weiß, aber ich hab nur noch 30 Sekunden. Deshalb ist das gerade ein bisschen blöd. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, dann, äh. Warte, komm, ein Stück war mir noch ab. Komm. Schaffen wir es. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr glaubt, wir schaffen es. Uff. Musst du so eine Infokarte oben einfügen. Pausiert mal das Video. Oh mein Gott, Leute. Scheiße. Oh mein Gott, Leute, wir haben es noch geschafft. Das ist jetzt so wirklich geschnitten. Was ist das gefallen? Das ist jetzt so wirklich geschnitten. Lasst ein Like da, Leute. Und, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Äh, wir sehen uns an der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wahrscheinlich falten. Aber erst mal in den ersten paar Minuten ein bisschen entschaden. Haut rein. Ciao. Ciao.